So, guten Morgen. Ich bin jetzt hier in Wyck, auf Föhr, im Hotel Douce. Übrigens ein sehr schönes Hotel. Und es ist 5 vor 8 Uhr am Morgen, Sonntagmorgen. Nach zwei Tagen Autofahren aus der Schweiz mit der Familie, die ich hier auf die Insel gebracht habe, geht es jetzt wieder zu Fuss retour. Das Auto bleibt auf der Insel. Und ich reise mit einer Fähre, mit einem Zug, mit der S-Bahn, mit dem Flugzeug, wieder mit einem Zug und noch mit einem Bus, wieder nach Geroldsville. Die nächsten zwei Minuten geht es los. Fähre liegt bei 20, 25 Minuten. Ich melde mich dann wieder von dort. Ahoy! Hey! Oh, hey! Hey, hey! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lost in pieces from tri-land, and the slow power is fed, missed his life guided by my hand, so the man is going to mistake. Untertitelung. BR 2018 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 Ich bin jetzt auf der Fähre nach Dagebühel und das dauert ungefähr 15 Minuten. Dann legen wir an in Dagebühel. Wie es da aussieht auf der Fähre, sehen wir dann im Film. Untertitelung. BR 2018 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017